hallo meine lieben freunde der analogen unterhaltung und willkommen zu einem weiteren let's play spezial heute zwergendorf von rita model und ich muss tatsächlich sagen ja ich habe auch gerade ich hätte natürlich meine wunderbare meinen wunderbaren zwergen vollbart den ihr noch vielleicht aus dem portal kennt ich auch wieder anziehen können aber wir haben uns geht wir haben uns was anderes überlegt statt lustigen verkleidungen die das vielleicht auch zu sehr ins lächerliche ziehen weil es ist nämlich gar nicht so ein leichtes spiel sondern es ist ein gehobenes familien ja flip and right ja bei dem wir ja unsere zwerge so ein bisschen im zaum halten müssen dass sie nicht zu viel machen vielleicht könnte man sogar sagen es ist ein draft and right stimmt alles richtig wir flippen auch karten aber wir draft noch karten aber ja dazu gleich genau das ganze ist für ein bis vier spiele 30 45 minuten ab zehn jahren ja bei scannik erschienen oh jetzt muss ich mal kurz kurz scharf nachdenken war das letztes essen aber das kann es am besten die rita sagen weil rita morgen haben wir mit eingeladen ach ist das schön hallo rita er hat mal hier die lautstärke erhöhen ja ich habe abgeriegelt ich wollte gerade sagen wir haben die ersten zwei sekunden haben wir rita nicht gehört nicht weil der ton nicht funktioniert sondern weil rita zu euphorisch war ja wir haben sie gesehen dass sie euphorisch ist hallo rita ja das ist ganz toll aber ihr wisst natürlich wenn ihr sozusagen alex und rita noch öfter erleben wollt ihr habt ja jetzt auch ein podcast zusammen die weg sind ganz kurz trotzdem haben wir uns hier entschlossen du als autorin darfst uns jetzt hier sozusagen begleiten in diesem lustigen let's play mitspielen darfst du leider nicht aber da hätten wir auch keine chance glaube ich und wie war das alles ich sollte die tipps geben damit johannes verliert auf jeden fall ja wir haben jetzt schon johannes hat es ja schon angeteasert diesmal haben wir nicht das handicap dass wir in verkleidung spielen sondern wir haben das handicap dass die autorin dabei ist und du kannst es natürlich so ein bisschen beeinflussen also du kannst jetzt wenn wir spielen so ein bisschen trash talk reinbringen natürlich gerne immer in richtung handteil also meistens freuen sich die leute mehr wenn hunter verliert komischerweise ich weiß nicht mehr das kommt aber bevor wir da verlieren das bringe mal hin ja genau bevor wir jetzt da einsteigen noch mal kurz zum zum spiel ich muss ja sagen mir ist ja aufgefallen also in deinem vorigen leben du bist ja schon was irgendwie schon bauarbeiter da bist du wieder geboren worden oder ich meine das ist jetzt schon das zweite spiel mit bau thema wie kommt also nach du weißt schon man at work man at work dürfen wir schon sagen ja das war ja so richtig bauen da baut man bei man at work baut man in die höhe und hier baut man eher so flach in die breite aber man darf ja hier auch nicht zu viel bauen also es ist schon unterschied bei man at work darf man auch nicht zu hoch stapeln ist auch gefährlich zwergendorf johannes hat eben schon angeteasert es ist so familien plus spiel vielleicht auch leichtes kennerspiel war dir das gleich beim anfang der entwicklung auch so ein anliegen dass das ist jetzt quasi so ein flip and write draft and write ist was auf jeden fall ein bisschen komplexer ist als vielleicht andere vertreter des genres oder ist es im prozess einfach komplexer geworden also die entwicklung hat ja drei jahre gedauert ungefähr und am anfang wenn man so eine grundidee hat die grundidee waren von anfang an du bekommst war so du bekommst immer mehr und muss aufpassen dass das ganze nicht überläuft das ist ja das grundprinzip und als wir aber dann getestet haben und deshalb dann immer konkreter wurde und dann auch das spiel bei skele games war da haben wir auch noch weiter getestet war uns dann schon klar okay das ist ein kennerspiel das ist kein einfaches familienspiel also man muss schon aufpassen und man muss schon ein bisschen vorausplanen vorausplanen das ist hier das stichwort und während rita hier vorausplanen ganz hoch hängt haben wir schon mal ein bisschen angefangen zumal nicht voraus zu planen oder zumal man kann nämlich hier auf diesem ja auf unserem spielblog schon noch ein paar sachen man kann sich ein zeichnen ich bin eigentlich ich weiß gar nicht genau ob ihr das so detailliert seht aber das können gleich ändern ja guck so gut kann ich mal aber ich bin da auch gar nicht ich mal einfach ich merken ich mal einfach einen toten zwerg und du sagst du bist arthur dann bin ich ja ich bin arthur und du willst beertown nein benztown benztown ja ein bisschen lokalpolitismus ne alle insider aus stuttgart wissen was ich meine so okay gut ja das ganze ist ja wie gesagt ein draft and write und wir haben müssen so ein bisschen hier kurz euch die regeln natürlich einmal so im schnelldurchlauf zeigen sehr interessant auf jeden fall dass wir hier ja also eine art runden übersicht haben diese ganzen karten sind nämlich nachher den einzelnen phasen zugeordnet wir haben immer drei am anfang drei kartenphasen eine produktionsphase dann zwei kartenphasen also kartenphasen heißt wir draften und zeichnen produktionsphase das was wir haben produziert völlig wild die 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 zwerge laufen amok und produzieren wild irgendwas kauf los was uns hoffentlich was bringt und ja wir haben drei produktionsphasen am schluss dann die wertungsphase dann ist vorbei und in der wertungsphase kommen dann diese drei karten hier zum tragen wie heißen sie noch mal zwergenkarten genau ja das sind jetzt unsere allgemeinen wertungskarten die gelten für uns beide später im verlauf des spiels werden wir auch noch eigene zielkarten bekommen und wir wollten eigentlich mit zwei karten starten rita hat uns das aber untersagt ja da kann man halt auch so ein bisschen die komplexität nach oben schrauben es gibt tendenziell vier sets von diesen zwergen und jeweils vier zwerge wir haben jetzt drei zwerge ausgewählt und haben auch das erste set jetzt nur gewählt die sachen kann man auch alle mischen das bedeutet hier für uns einmal wir können einmalig 14 punkte jeder spieler erreichen wenn wir quasi ja so eine geschlossene mauer bauen und in dieser mauer müssen mindestens vier tavernen und zehn zwerge sein dann kriegen wir hier noch drei punkte für je drei zusammenhängende minen und wir haben hier noch so ein teil ziemlich fies ja da müssen wir nämlich die ja sets aus münzen holz und steinen also die müssen auch wieder angrenzend sein auch und sie dürfen nicht den waldrand berühren ihr seht natürlich hier unsere lichtung die hat auch einen waldrand ja dieses sets aus stock stein und münze dürfen also nicht am altrand sein und geben uns dann auch jeweils drei punkte das gibt also schon mal eine grobe ausrichtung für unseren spielstil wie wir hier dinge platzieren und was wir für dinge platzieren und genau ansonsten können wir so eigene zielkarten hinbauen davon werden drei am schluss gewertet und es gibt noch so eine mehrheitenwertung einfach die meisten tavernen die meisten schmieden abzüglich der bäume und die bäume sind die eigentlich sozusagen der der gegnt des spiels weil ich hier wenn ihr sehen der produktionsphase es wird automatisch immer ganz viel mehr dazukommen weil die zwerge einfach wenn sie rohstoffe haben einfach minen bauen mauern bauen schmieden bauen als gäbe es kein abend mehr oder kein morgen und wenn wir dann nichts mehr von unterbringen können dann gibt es eben minus punkte aufgrund dieser gefällten bäume sollten wir wenn es geht vermeiden rita hast du eigentlich eine high score kannst du kennst du nicht oder kennst oder kennst du eine wirklich hohe zahl wo du sagst ja die stimmt da warst du dabei oder du glaubst demjenigen der dir gesagt hat also es ist immer so je nachdem wie viele zwergenkarten man hat bei zwei zwergenkarten sollte man 60 punkte erreichen das ist schon mal gut bei drei 80 und bei vier und da kann sie nach dem welche zwergenkarten da gibt es ja unterschiedliche ich glaube 130 140 also ich trage mir hier bei gesamtpunkte schon mal eine 8 ein vorne sind aber so ein 80 soll schon mal ich würde sagen wir beginnen mal ich habe dann auch dann so zwischenfragen so also quasi wie also zutatische zwischenfragen das werden wir dann sehen auch wenn wir angeblich nur alles geholfen werden soll aber ich muss hier öfter gewinnen frag rita mich du weißt ja nicht ob sie dir die richtige antwort wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten kartenphase an und den rest erklären wir währenddessen und karten was bedeutet dass wir von jedem dieser drei stapel eier das ist vielleicht noch eine ganz gute sache die du sagen kannst rita ich meine wir haben ja drei verschiedene stapel die sich durch die rückseiten unterscheiden wie unterscheiden sie sich denn inhaltlich gibt es da kannst du da was dazu sagen weil bei der einen karte bekommt ihr ganz viele rohstoffe in der anderen karte bekommt ihr rohstoffe und eine zusätzliche persönliche siegpunktbedingungen und bei der karte bekommt ihr auch rohstoffe und quasi eine bremse also ihr verteugert das produzieren was vor allem dann wenn das spiel schon weiter fortgeschritten ist sehr nützlich sein kann weil man dann eben nicht so viel bremse hast du schön gesagt wie erklärst du das thematisch steigen die preise zwergeinflation oder die veredeln das die machen das dann schöner und dadurch ja schön fassaden stück sachen alles klar na gut auf jeden fall jetzt können wir uns eines von diesen karten aussuchen jetzt kommt es zum drafting das ist übrigens dieser diese phasen kartenauslage hier das ist übrigens eine schöne sache ich hoffe die sieht man vielleicht bei dem einen oder anderen spiel auch noch mal die sagt nämlich alles was wir machen wir haben jetzt wieder eine karte gezogen jetzt behalten wir eine karte und wenn wir schon mehreren spielen würden würden wir auch immer nach links in diesem draft ich behalte jetzt mal das bei uns ist es jetzt ein bisschen egal wir tauschen quasi immer nur die karten wir haben hier zwei schöne karten ablage fällt da können wir die nachher schön hinlegen ich versuche gar nicht so lange darüber nachzudenken eine karte bleibt übrig die wird einfach abgeworfen ich gehe mal wieder genau den weg der direkt in den abgrund führt aber das käme dieses spiel hat zwei vorangehensweisen entweder du sammelst am anfang ganz viele waren und hat danach einen bremser oder du sammelst halt immer strukturiert eher weniger waren ja strukturiert ist nicht so meine sache das kann ich übrigens bestätigen rita ist gerne für viel das lasse ich jetzt einfach mal so im raum stehen so gut einfach mal anfangen vielleicht kann ich das auch im detail ja du ich würde sagen diese phase wird ja simultan gespielt aber ihr könnt einfach mal gucken was hunter einzeichnet zeige euch einmal wenn die karten funktionieren das habt ihr glaube ich noch nicht gesehen also wir haben eben zwei geteilte karten und wir müssen beide hälften erfüllen ich habe jetzt tatsächlich zwei karten geholt die beide nur rohstoffe geben oben und unten kann mich aber jetzt für entweder oder hier oben also links rechts kann man sich halt entscheiden und man muss immer alles ein eintragen und was darf nicht im rand sein ach ja diese komischen drei also alles also holt nie es darf bier darf theoretisch ist egal aber münzen stockstein münze grundsätzlich erstmal kreuzt man oben es gibt vier grund ressourcen genau die darf man muss man mal ankreuzen münze holz bier und und dann wenn ihr es abgekreuzt habt dann müsst ihr es noch unten zusätzlich einzeichnen genau geschlagene symbole konnte natürlich auch was anderes malen und dieses abkreuzen das dient wirklich nur so der der nachvollziehbarkeit oder weil ich nehme jetzt das hier und das hier habe ich mir vorgenommen also ich habe das spiel ja schon keine ahnung 150 zweieinhalb mal gespielt ich kreuze da oben nicht mehr okay also so gewinnt rita also und und dann hier schön in der letzten produktionsphase mal eine sache noch vergessen ich verstehe nein okay und ganz wichtig also ihr dürft alles was ihr ein zeichnet ihr müsst alles ein sein aber dürft es frei ein zeichnet es muss nichts nebeneinander sein da schaut ihr am besten auf die karten was denn für euch möglichst viele punkte gibt verstehe also ich werde sie einfach so und schon mal so ein dreier kombo hier oben an das bier brauche ich hier ja gar nicht das bier kann ja das ist auch einer finde ich der schwersten sachen dinge nicht so im cluster zusammen einzuzeichnen zum beispiel zwei bier kriegt oder so mach das wie jetzt mal hier hin also ich habe ein bier das habe ich jetzt alles eingezeichnet das muss ich das hier noch machen dann nehme ich zwei stein und noch ein bier ist schon wieder ganz schön gierig ja ich nehme noch ein ein so da nämlich zwei stein dann habe ich hier schon mal als den stein habe ich habe schon gesagt ich kann keine dreidimensionalen steine das überfordert mich leider aber dann mache ich werde ich einfach hier noch ein stein hin machen und was hatte ich jetzt hier noch zwei steine und noch ein ja es macht schon sinn da oben sehr gut so ok also jetzt habt es mal nah gesehen und jetzt denke ich können wir hier mal so dass ihr auch wisst was ich war ganz entspannt ich gehe eher diese mäßige strategie machen gucken wir mal also ich habe hier so eine baukarte genommen ressourcen müssen ja auch von der oberen hälfte übertragen wenn da habe ich mich für eine münze entschieden und habe jetzt hier schon mal die möglichkeit mauern teurer zu machen für jede mauer brauche ich nämlich plus zwei steine für jedes mauer segment und dann habe ich hier auch schon eine punkte karte da habe ich mich entschieden so einen stock einzuzeichnen und die punkte karte sagt pro nicht gefällt im baum also bäume die wir hier nicht gefällt es gibt auch noch karten die lassen uns zusätzliche bäume stehen kriege ich drei punkte die habe ich dir gelassen diese karte hast du mir gelassen ich habe mir überlegt habe ich dir auch das war jetzt phase eins die können wir weg legen und weiter herangehen zu beiden sehr spannend ihr schreibt doch jetzt mal auf wählen ihr denkt der gewinnt also ich setze schon mal ich setze auf ich setze auf alle das hat sie auch noch laut gesagt ja 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 aber aber rita weiß auch dass ich damit eigentlich nicht umgehen kann das ist ja das problem dass ich jetzt total ja aber das kann ich doch am besten ach das ist das ah das ist natürlich sehr gut ich nenne es das ich gehe jetzt wieder den ganz anderen weg du gehst habe schon angst vor diesen vielen ressourcen das ist es echt aber das ist ja wirklich interessant ist es ist eben ein überflussspiel und ich finde das schon mal ziemlich cool weil es gibt erst mal nicht so viele überflussspiele und nach wenn man so viele mangelspiele spielt dann ist das mal so eine ganz schöne abwechslung ja dass man sozusagen eigentlich zu viel von allem hat und aufpassen muss das ein dass man nicht von den sachen überrannt wird und guck mal ich habe mir eine schöne karte habe ich die natürlich nicht du hast sie mir weg weil ihr drafting nennt man sowas das war ich wollte sie ja noch geben und dann hat rita gesagt sie setzt auf dich das hat mich tief verletzt also die hätte ich auf jeden fall gerne behalten die karte aber dann schwenke ich doch noch oben auf doch jetzt doch einmal hinter das habe ich hier so viel holz das ist ja total blöd bei den siegpunkt karten kann man noch dazu sagen dass es da maximal zwölf punkte je karte gibt also und drei karten kann man erinnern also die meisten punkte bekommt man schon mit den zwergen karten in der mit denen verstehe also ich nehme jetzt hier drei was ist eigentlich wenn man nichts mehr ankreuzen kann da oben bei denen das glaube ich nicht dass das gibt sehr gut dann ist einfach dann ist kill screen dann ist einfach hast du spiel getötet sozusagen hat es halt einfach ganz viele drei holz ob das gut geht bin ich mir nicht ganz sicher aber es ist auch noch noch mal in holz verstehe drei holz jetzt kriegt zwei bäume und die darf ich ja einfach jetzt hier auch mal ja die zeichnest du ein und die kannst du zusätzlich abkreuzen geben dann keine minuspunkte das ist genau das was bei dem abkreuzen ist auch also wenn man kann sich entweder wenn du sagst du bist von einer ressource die du von einer karte bekommst dies willst du nicht einzeichnen kannst du dafür im bau wählen oder aber auch eine taverne die ja vier felder belegt da kann man einen baum nehmen also kann sie dir ausgültig jetzt muss ich mal ganz scharf nachdenken hier ich könnte jetzt entweder zwei 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 mauer abschnitte oder und theoretisch wenn ich das hier mache ich ja drei mauer abschritte weil das noch dreimal triggert dann nehme ich lieber das und das kommt hier einfach hier drei je drei holz drei siegpunkte und das kommt einfach weg ja ich bin immer noch sehr vorsichtig ich habe bis jetzt nur stöcker und ein paar münzen gesammelt aber ich habe auch noch eine weitere wertungskarte für die drei zwerg so würde ich auch noch mal noch einmal draften und dann geht es schon die siegpunktkarte von johannes ist natürlich auch geschickt weil ich glaube man soll auch miene nebeneinander bauen ja ja das wird ja auch mienen und du brauchst auch viel holz für die siegpunktkarte ich glaube ich schwing doch auf johannes das ist so ein bisschen aber die quote die ist jetzt anscheinend das ist so ein bisschen der pferde wenn ich merke das schon ich brauche auf jeden fall noch mehr bier was für ein bier bier so ja aber es ist wirklich nicht es ist tatsächlich nicht ganz einfach wenn ich im kopf das schon so voraus zu planen wie viel jetzt dann wirklich daraus also man man könnte ja dann müsste eigentlich einen klaren wirtschaftsplan aufstehen ja also ich brauche genau so viel holz oder so viel stein für so eine lange mauer businessplan berge du kannst ja auch wenn ich nach der ersten optionsphase kannst du dir schon so ein bisschen ein zeichen wo du vielleicht die mauer entlang laufen lassen kann ich eigentlich auch weil ich hier eine karte es kommt jetzt hier gleich habe ich jetzt die karte hier für eine geschlossene mauer kann ich also das heißt einfach eine mauer die abgeschlossen ist kann ich auch mehrere abgeschlossene mauern haben nur eine also du kannst auch mehrere haben aber es bringt nicht mehr punkte ja ja es bringt nur einmal punkte okay gut 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 alles klar also hier einmal bier und bier und ich mache mal hier weiter mit fröhlichen münzen einzeichnen es kommt übrigens dieses jahr irgendwann eine doku und zwar wird da wurde da mit gefilmt wie dieses spiel entstanden in der das ist diese diese wir begleiten autoren doku ja genau da sind dann auch noch ganz viele andere inka und marcus brandt uwe rosenberg also da sind ganz viele frei und ich bin auch dabei und wie dieses spiel auch entstanden ist mit höhen und tiefen das hört sich ja gut damit höhen und tiefen höhen und tiefen aber kommt dieses dieses dokument dazu wo kann man sich die angucken ich weiß es noch nicht aber ich poste das auf meinem instagram kanal erita on fire ja sehr schön falls ihr ihn noch nicht kennen solltet genau ja sehr schön ja ja ne ich habe das ja auch miterlebt ich habe die auch schon mehrmals sie waren auf der berlin konnte auf den ersten sind sie rumgelaufen natürlich und auf der board game cruise waren sie auch schon ja jetzt kommen wir zur ersten produktionsphase das ist auch ganz cool vielleicht kannst du das auf deinem ja so hat auch mal zeigen die haben wir nämlich hier unten auch schön illustriert und die wird jetzt jeder für sich von schritt a bis g einfach mal durchgehen da wurde noch was vergessen ja das ist genau also in der produktionsphase kann man sich auch immer joker nehmen man hat fünf müpsen das sind quasi die joker die müsste man dann abkreuzen und auch einzeichnen da könnt ihr dann auch mal bade nehmen wenn ihr irgendwie ja das ist meine frage so wann würde ich das machen jetzt ich glaube ich mache das ich habe gar keine steine und würde aber trotzdem gerne mauern bauen ach ja verstehe aber dem ist erstmal so ja das rein theoretisch also das erste ja genau du kannst es ja machen kann ich beliebig viele oben abkreuzen kann ich beliebig viele mütze abkreuzen auf einem kannst du hast fünf mützen im ganzen stil du kannst die jetzt noch alle gleich verfallern und es gibt aber ja auch gar keinen nachteil wenn ich die weg nehme oder es eine siegpunktkarte okay nix du für mützen siegpunkte für nicht angekreuzte aber ne das will ich nicht die will ich einfach ich kreuz mal zwei mützen ab und gib mir mal zwei steine und die zeichne ich dann auch na gut ich fange jetzt aber abkreuzen habe ich gemacht mütze abgekreuzt zwei steine und jetzt zeichne ich die schon jetzt fangen wir erst mal an hier mit den zwergen also du musst erst mal die einzeichnen genau ich habe drei münzen also kriege jetzt einfach drei zwerge und wir wollen das soll ich nicht vergesst wir wollen eigentlich zehn zwerge innerhalb unserer mauern haben vielleicht gehst du noch mal auf dich johannes damit man die das ist genau ja so also hier na zwerge also nicht über meine zwerge lachen sondern sind sie ganz traurig stünde ich mal auch irgendwie komische zwerge drei zwerge sind hier oben jetzt 1 2 3 so dann minen pro holz eine mine und wir wollen so zusammenhängende minen haben die könnten auch am rand sein genau so ich denke wie funktioniert das ihr zeichnet einfach für jede münze die ihr in einem plan abzeichen wir zusätzlich einen zwerg ein ja ist klar aus der münze den zwerg oder ihr streicht die münze durch oder whatever sondern wenn ihr da eine münze habt dann könnt ihr irgendwo einen zwerg einzeichen ich müsste jetzt drei minen anzeichen weil ich jetzt weil drei zusammenhängende nachher punkte geben aber ich muss da schon drei zusammenhängen der heißt dann ich kann ja nicht sechs zusammenhängende sind es zwei mal drei oder das ist doch die können das geht ja ja das geht okay das heißt dann kann ich jetzt einfach hier unten so eine minenstation aber vier minen das meister mir doch nach glaube ich jetzt kommt der mauerabschnitt und das ist immer doppelt und ich habe vier es ist acht mauern genau jede mauer also für einen stein gibt es einen mauerabschnitt und der hat zwei der willigt zwei felder okay und man sollte ihn auch umranden ach sollte man das ja weil man es gibt welche die haben siegpunkte für den längsten mauerabschnitt und da muss man das vielleicht durchzählen und ja man muss in diesem spiel ein bisschen mehr zeichnen ja ja das ist natürlich ich weiß gar nicht ob man das bei uns zeichnen nennen kann kritzeln ist auch kritzeln 1 3 3 4 okay nie sieht es so aus wie bei johannes jetzt kommt die kommen die schmieden das wie gesagt mehrheitenwertung es gibt es nicht so was für schmieden punkte gibt außer man hat irgendwie sowas und es ist gelbse und vier drei schmieden oh gott ja du hast drei bier und auch drei münzen ich habe übrigens gar kein bier das ist ein bisschen sehr untypisch aber das passt zu mir der eine werde ich einfach hier nach draußen setzen und hier das noch ich muss ich muss glaube ich wirklich jeden zentimeter ausnutzen ja sonst wird es ganz schwer also bei an dem beispiel kann man sehen da ist ja für schmieden keine extra punkte gibt außer zum schluss die mehrheit die eher so ja wäre es gut wenn man eine baukarte hat die quasi das schmiede baule verteuern würde ja wieviel tavernen muss ich ihn jetzt bauen na das was drei du hast drei bier drei tavernen also ich brauche auch was was meine tavernen teurer macht aber du hast dann immerhin schon mal äh drei von vier da musst du die nur noch in die mauer packen okay eins ja ich will ja mal zeigen was passiert wenn man das spiel nicht so richtig verstanden hat das ist ja natürlich auch man muss natürlich auch äh natürlich ein bisschen erfahrung ist auch dabei ne ob man sozusagen aber du hast ja gesagt es ist noch nicht alle tage abend wenn ich jetzt richtig schön verteuerungsdinger die habe ich ja bisher auch gar nicht also dann kann ich daraufhin auch wieder runter kommen von diesem baurausch immerhin hat rita umgeschwenkt und hat gesagt ich bin immer noch bei johannes zeig mal deinen plan her also ich habe meine baukarten deaktiviert dass die nicht zum tragen kommen also es wurde nichts verteuert ich habe hier so ein dreier mauer abschnitt also drei doppelfelder mauern gemacht ich habe hier schon mehrere auch von diesen ressourcen klastern dann habe ich fünf zwerge hier drin habe unten jetzt aktuell sechs minen und ja ich versuche hier so diese mauer abschnitt ein bisschen gas darfst du noch ein bisschen gas gebe ich noch alles klar ich habe total den plan okay alles klar weiter geht's mit der nächsten kartenphase auf geht's genau zweimal gibt es die kartenphase und danach wird wieder produziert und dann produziert ihr natürlich auch alles was ihr in der ersten runde produziert er produziert er zusätzlichen so rita hat gesagt ein bisschen mehr gas geben ja ja los geht's hier so johannes 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 ja 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 das ist gut das ist sehr gut das ist perfekt perfekt wie jetzt das kannst du doch nicht machen das geht nicht also ich kriege jetzt zeig ich dir mal wie man das spiel spielt ich mache jetzt hier eine münze ja und ich habe genau ausgerechnet dass ich ja habe jetzt drei zwerge mit allen münzen habe ich vier münzen und ich habe noch zwei produktionsphase sind wie viele ich habe nicht ich habe nicht mitgezählt siehst du man muss das nämlich hier so teilen dass das halt am ende aufgeht wobei ich diesen einen münzen habe ich leider falsch eingezeichnet das gibt minuspunkte egal also hier habe ich das und hier habe ich kann ich hier nochmal so eine die der wenigsten punkt gibt nochmal werten ist auch interessant und hier nehme ich jetzt einfach noch mehr steine die steine müssen ja gar nicht unbedingt in der mitte sein fast weil die steine müssen doch in dem dreier set dabei sein ja ja aber wenn ich keine weiteren dreier sets hinkriege weil ich keine münzen mehr mache dann könnte ich die auch woanders hin tun das ist eigentlich egal so ich werde mir jetzt auf jeden fall auch mal bier holen außerdem habe ich jetzt meine taverne verteuert das ist gut taverne plus eins ja weil so viele tavernen will ich nämlich gar nicht haben okay gut hier und dann hole ich mir noch was so ich muss das hier noch machen eins für eine mauern und zwei zwerge zwerge und ziegelstein eins zwei zwei sechs drei vier 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 zwerge was ist los ich bin jetzt schon beim bauen du bist schon beim bauen wir haben aber doch noch eine phase wir haben doch noch eine karte ich war so ich war so willst du doch willst du noch mal umschwenken weil das ist ja eigentlich schon epic fail ok ok ja ja ich geb zu ich war so begeisterter von meiner zwergenstrategie dass ich schon angefangen habe zu bauen nein nein keine sorge ich weiß ja dass das das ist ja das ist ja alles richtig nur deshalb du bist so früh in die produktionsphase gegangen was hat denn das öfters dass du ja ja manchmal kann das passieren aber das ist das ist ich war ich war zu begeistert die sind vier zwerge habe ich mal vor eingezeichnet da ich jetzt keine münzen mehr nehme ist es egal weil das wird dann trotzdem stimmt okay also wir sind jetzt in der sechsten karten ja 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 jetzt habe ich es von ja 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 macht nicht diesen fehler kinder wir werden zwergen drauf spielen so ähm ach herrlich naja genau das ist natürlich klar das nehme ich bitteschön 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 aber gleich darf ich produzieren das ist doch wunderbar man muss ja auch festhalten zu zweit geht das spiel relativ schnell wie bis vier spieler ne ja ja also theoretisch kann man es auch zu fünf spielen es funktioniert nur dann nicht wenn jeder in jeder kartenphase immer nur die gleiche sorten karten nimmt weil dann die karten so wenig sind ahja boah aber das ist ja also ich habe eine karte hier die finde ich mega schwer alle felder in deinem dorf genutzt das heißt du musst wirklich auf den punkt alles voll machen das ist doch irgendwie ziemlich schwierig oder es gibt zwölf punkte man ja stimmt dass die zwölf punkte ist hat auch gibt es auch viel aber ne das könntest du tatsächlich schaffen weil du ja eh ziemlich voll wirst ja das ist richtig und du solltest schon also man wenn man so ein high square erreichen will dann sollte man schon schauen dass man bei den drei siegpunktkarten auch die zwölf ähm erreicht ich probiere es okay habe ich schon aufgedeckt ist egal gut dann ähm ich glaube ich äh ich hätte auch auf hunter gesetzt nehm hier nochmal zwei steine äh fair jetzt habe ich ohne ende steine das wird gut achso ich habe ja auch schon zwei vier habe ich ja schon acht steine zwei vier würde ja reichen schmiede wird teurer und dann nehme ich hier noch ein holz stimmten immer diese stille aber das ist ja jetzt so ich habe ja jetzt am ende werte ich ja nur drei zielkarten aber ich sammle alle ja ja sammle es alle und suchst dir dann die raus für die du am meisten punkte kriegst okay nochmal ein stein nehmen dann nehme ich hier nochmal ich nehme hier auch nochmal ein holz darf ich jetzt produzieren ja jetzt jetzt sind wir in der zweiten produktion ich habe schon meine zwerge produziert willst du man muss immer von oben nach unten erstmal gucken ob man choker haben will willst du mützen nein nein ob man äh baukarten benutzen will wenn nicht dreht man die ohr und dann äh produziert der äh von oben nach unten alles was da auf dem ja wie viele tavern ah ja ich brauche nur vier tavern perfekt ja okay gut also ich habe die zwerge produziert das produziere ich noch nie ich werde mal meine baukarten wieder deaktivieren fünf min uh sechs zwerge kommen hier eins vielleicht können wir nochmal auf dich zeigen johannes du bist voll deep drin aber eins zwei warte drei vier min drei also genau ich kann das ja so machen vier dass ich schon so diese dreier min die kann ich ja schon mal so ein bisschen hier bisschen bisschen hier markieren damit es klar ist so zwei dreier habe ich schon und das könnte noch einer werden okay das waren die min jetzt und jetzt guckt es euch an ich habe acht acht steine guckt es euch an acht mauerabschnitte was ist los acht mauerabschnitte ich weiß nicht johannes das sind 16 stück okay also eins ich geh mir aber schnell was trinken holen zwei zwei drei zwei schmieden habe ich jetzt vier fünf sechs sieben ach der doch ist schon gut ich habe ja noch eine produktionsphase da muss ich ja wirklich gucken was ich dann noch wirklich ja ja das ist schon alles gut okay ja naja eins ich muss ja noch zu machen eins zwei drei vier fünf ja stimmt okay ja ich brauche keine steine mehr keine steine mehr deine zwerge müssen auch noch reinpassen in die mauer gell ja ja ich weiß ich kriege noch vier zwerge na gut okay ich mache immer wieder auf damit ihr seht was alex auch so treibt hier ja ich habe nämlich ich habe schon ein paar zwerge noch minen eingezeichnet jetzt bin ich hier gerade noch mal mit meinen mauer abschnitten jetzt muss ich nur noch kurz ich habe jetzt diese schmiede verteuerung für jede schmiede brauchst du ein bier mehr da ich drei bier habe heißt es dass ich nur noch eine schmiede baue ich habe drei bier und weil ich für jede schmiede zwei bier jetzt brauche ich nur noch eine schmiede genau richtig okay eine schmiede eine schmiede ich habe schon zehn zwerge vier häuschen ich glaube ich schaffe das mit meinem mauer ding und jetzt taverne und taverne habe ich auch eine verteuerung das heißt ich brauche nur noch eine taverne und ich brauche ja auch nicht mehr als eine taverne ei 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 punkt landung jetzt muss ich die taverne im prinzip eigentlich nur noch mehr verteuern damit ich gar nichts mehr bauen müsste ja also wäre natürlich noch cool wenn du genau eine taverne mehr hättest da ist ähm ach ja mehrheit für die mehrheit richtig ja ja mhm naja jetzt jetzt kommen mir die feisen die spitzfindlichkeiten kommen jetzt hier ins tageslicht naja ist klar wie viel Geld hast du gesetzt das verrückte ist dass wir jetzt nur noch einmal karten kriegen und dann ist nämlich schon letzte produktionsfasen dann ist schon vorbei mit dem zwergenfest also ich würde tatsächlich wenn du noch platz hast johannes noch mehr auf minen setzen ja minen ist gut ja ich habe auch platz ziemlich viel ziel ja weil das ist das ist schon ganz schon gute punkte ja und natürlich dass du deine siegpunktziele erreichst ne siegpunktziele ja siegpunktziele ja gut das eine werde ich glaube ich nicht schaffen ja ne minen das nehme ich nicht das halt achso das behalte ich und das kriegst du was habe ich jetzt hier ok gut war das gut ja naja gut wir werden sehen die drei münzen müssen die zusammenhängt sein eigentlich bei den bettungs ne ok ah ja es können ja auch mehr zwerge unter werden in dem ding sein nur mindestens ja ok so ich habe mir hier auch mal ein bäumchen geholt finde ich cool zack das zeichne ich schon mal ein und zwei münzen das könnte ich tatsächlich also hier genau hier mache ich doch noch eine münche hin ich mache mal hier einen baum noch hin also ich nehme hier den baum oder den ast wie auch immer und nochmal ein holz eigentlich ein holz genau und dann noch hier ich und mein ast sehr gut genau ein bier das kann einfach hier so rein und und noch meine kommt das weg kommt tatsächlich noch mal ein ab und das sind einfach fünf Punkte easy jetzt aber Produktionsphase ich würde noch mal gucken ob ihr Joker braucht ah stimmt Joker ja ja Joker richtig danke schön danke eins zwei das heißt ich könnte glaube ich noch eine dritte Taverne und da kriege ich nicht mal ein bisschen Bier ohne jetzt genau drüber nachzudenken ich habe nichts für meinen Brems das Bier musst du auch einzeichnen ja das Bier muss ich einzeichnen hast du vollkommen recht oh Gott das ist jetzt echt nicht so einfach warte mal das Bier will ich denn irgendwas teurer machen oh ich glaube ich habe vorher einen Fehler gemacht ich rauche für meine Taverne nicht ein Bier mehr sondern ein ein Stein mehr was ja im Prinzip geheißen hat warte mal ich muss glaube ich nochmal kurz korrigieren ich hatte drei Bier aber ich hatte ja ich hatte ja acht Steine das heißt das heißt dass ich doch drei Tavernen gebaut habe ich muss noch zwei Tavernen nachzeichnen naja gut okay ist nicht so schlimm aber das könnte dir die Mehrheit sichern ja das wird auch die Mehrheit sichern aber ob das nicht mein ob das nicht sein Kind gut jetzt also dann würde ich aber jetzt traue ich mich nicht mehr noch Joker zu nehmen das muss ich jetzt irgendwie so hinkriegen verstehe so dann gehen wir los mit den Zwergen ja ich habe fünf Zwerge kriege ich noch drei, vier, fünf, sechs, sieben ich kriege neun Zwerge krasse Nummer also eins zwei zwei drei vier z z z z z z vier 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 fünf aber ich bleibe jetzt mal bei Johannes fünf vielen Dank fünf sechs ach Mist sechs neun Zwerge fünf fünf ah ja ich muss ja nur sechs einzeigen und sechs hinnehmen okay gut sechs Zwerge vier vier fünf fünf also beim Allianz des Spiels sollte man sich angadiert um mich zu weit liegen ja das ist gut das jetzt ich habe es auch hingekriegt das ist irgendwie doch das kriege ich noch hin sechs eins ich kann das hier einfach mal abschneiden eins zwei drei vier drei eins für drei oh Gott ich muss sechs machen sechs dann kann ich irgendwo noch eine Mauer hinbauen und hier zum Beispiel sieben ich habe es geschafft dieses einbauen hinzukriegen vielleicht gib mir noch mal auf auf dich Johannes gleich fünf sechs ah jetzt wo ich hier den super move mache das will doch niemand sehen wie er da abkackt so ja genau also ich habe jetzt die mit bislang mit Chemie jetzt muss ich jetzt wird es spannend weil ich jetzt die Mauerabschnitte mache und jetzt habe ich immer noch acht also immer noch acht Mauern muss ich bauen ja eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht so könnte ich es machen ja okay also eins zwei drei drei vier fünf sechs ne eins also zwei ich muss hier oben machen drei vier 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 jetzt noch vier fünf sechs sieben acht so genau ja sechs sieben also ich habe auf jeden Fall meine Mauer zugemacht das ist ja schon mal ein guter das ist schon mal gut so jetzt aber jetzt wird es bitter jetzt kommen nämlich ich habe jetzt vier vier jetzt kommen die Schmieden und ich brauche ich kriege noch zwei Schmieden ah ja genau die kann ich einfach hier hin machen perfekt der ist einfach Platz als hätte ich es so geplant ich habe es so geplant und jetzt noch Tavernen und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd weil ich habe ich hier ich habe acht also ich muss wieder vier Tavernen unterbringen oh oh aber das geht du hast ja genügend Bäume noch zum Abendkreuz das kann genau also aus dem ein paar kann ich ja noch machen eins ja eins ah ja zwei passen noch ein ja und dann hast du aber zwei Bäume zum abkreuzen perfekt die sind einfach gefällt genau die sind einfach gefällt sehr gut joo und das war's das war's nicht schlecht habt ihr das gesehen so jetzt mal gehen wir mal wieder auf Alex ist auch schon soweit ach ja und jetzt kommen wir im Prinzip zur Wertung richtig genau Zielkarten also erstens sucht ihr euch drei von euren Zielkarten aus ja also das mit den zwölf habe ich leider nicht geschafft das mal schon abzusehen die anderen kommen auf dem Ablagestapel das würde die drei holz drei das ist auf jeden Fall besser als das geschlossene Mauer ist auch gut wer hat er einen der Zielkarten in der Mitte für die du wenige Punkte hast nochmal oh 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 jetzt eins eins zwei drei die nächste äh was habe ich hier ein wie viele Sets habe ich denn ich habe drei ah ja ok das ist besser ja also gut dann mache ich die drei gut so genau was hast du denn also drei holz je drei holz drei Siegpunkte ich habe einfach sechs holz also sechs Siegpunkte das kann man hier so eintragen ja sechs sieben und jetzt eine Zielkarte in der Mitte für dich die wenigsten das mache ich vielleicht als letztes ich guck mal ich habe hier so eine Karte für Münzen je drei Münzen ich habe neun Münzen eingezeichnet je drei sind also dreimal dreimal drei sind neun kriege ich also neun Punkte dann habe ich hier je drei Zwerge ich habe zwanzig Zwerge und jetzt ist ja das Maximum ist ja zwölf also zwölf also kriege ich zwölf und dann habe ich pro nicht gefällten Baum ich habe eins zwei drei vier fünf sechs Bäume nicht gefällt das wird nichts aber ich habe dafür die Mehrheitenwertung gespielt das ist also auch wieder also halten wir schon mal fest bei den Siegpunktkarten hat Alex wie viel besser abgeschnitten aber meine letzte die ist auch noch gut da kriege ich auch noch zwölf pass mal auf so jetzt kommt nämlich die Zwergenkarte also vierzehn kriege ich auf jeden Fall du aber allerdings auch ja hast du das müssen wir mal überprüfen hast du denn auch zehn Zwerge in deinem Baum ja habe ich eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn okay wunderbar das sind eine geschlossene Mauer die muss geschlossen sein da müssen mindestens vier Minen drin sein und mindestens Tavernen Tavernen und mindestens zehn Zwerge genau haben wir hingekriegt wunderbar vier ich habe hier habe ich vier zusammenhängende vier mal drei sind zwölf hier steht immer dass es maximal nur zwölf gibt da gibt es sogar mehr da könnte es wahrscheinlich mehr geben in der Mitte die Karten mit Zwergenkarten in der Mitte die sind unbegrenzt und hier habe ich auch von diesen Sets habe ich eins zwei drei vier Sets also sind auch zwölf und das bedeutet dass ich für diese eine Zielkarte die ich noch nicht bekommen habe auch zwölf kriege und naja man kann mit vier Zwergenkarten spielen aber wir spielen haben noch mit ich habe drei gespielt sechs dreier Minen bin ich also bei 18 und diese Cluster hier da habe ich eins zwei wie viele Punkte hast du bei den Minen 18 ich habe leider nur zwölf eins hat mir gefehlt eins zwei drei ich weiß nicht ich kann das gar nicht erkennen bei dem sieht alles gleich aus so sechs ich finde tatsächlich meine Zwergenstadt ist ordentlicher als die von alle gibt es einen Preis für Schönheit ich habe auch noch mal 18 Punkte bei bei der letzten Karte die haben es hier auch 18 Punkte unreal okay gut wie viele Tavernen hast du? ich habe nur 1,2,3,4,5 Tavernen wenigstens habe ich dieses, das heißt da kriege ich sieben ja meistens schmiedeln passt glaube ich auch 1,2,3,4,5,6 oh mein Gott ich habe 5 okay gefällte Bäume habe ich auch tatsächlich keine Minuspunkte ja okay dann können wir zusammenrechnen 13,25 13,25 oh äh äh ich will den Taschenrechner haben ne jedes Mal verrechne ich mich und dann und dann sagt die Community wieder Alex hatte doch 10 Punkte mehr haben müssen ja ich habe 74 deswegen lassen wir uns jetzt hin du lässt dich auf nichts ein ich lasse mich auf nichts ein das vierte du hast nur 74 sie hat doch gerade mal 80 kriegen ja ja habe ich gehört ja ich glaube ähm am Ende hat habe ich also mir hat eine Miene gefehlt und ich habe dann doch einfach zu viele Tavernen raus gehauen ich war irgendwie zu zu sehr dem Bier zugeneigt ich hätte übrigens die 8 hätte ich wirklich hinschreiben können 38,83 Punkte 9 Punkte Unterschiede Rita was lernst du da raus? ja wie ich die Hoffnung in der Hand aufhöre eben auch wenn es manchmal nicht klappt ich muss ja sagen ich habe nicht schon weil ich habe Johannes echt gute Tipps gegeben er soll doch mal auf die Mienen schauen ja dann hat er nur 12 Punkte bei den Mienen gekommen das ist schon schwach Johannes ja das ist schwach aber auf jeden Fall zumindest sind wir beide nicht irgendwie so ich meine das kann ja auch passieren was machst du eigentlich wenn du den letzten Baum abkreuzst und dann noch einen Baum abkreuzst hast du dann instant verloren dann ist das Spiel für dich beendet und du gehst direkt zur Bewertung ah verstehe mit minus 20 Punkten das ist schwer aufzuholen hast du schon mal erlebt dass jemand mit minus 20 Punkten noch gewonnen hat? äh nein naja höchstens in der Runde wo alle nur 20 Punkte hatten das hätte ja bei uns auch so ausgehen können es hätte es hätte es hätte aber wir haben ich finde wir haben das dafür dass wir das natürlich noch nicht so häufig gespielt haben das alles ziemlich gut gemacht natürlich hat uns Rita auch ein bisschen geholfen ja äh wir hat Rita geholfen natürlich nicht du hast da mitgehört du hast einfach mitgehört das hat mich abgelehnt ich habe einfach diesen gleichen Tipp der für mich gedacht war selber gemacht so ist er ja äh genau ja vielen Dank Rita für diese schöne Begleitung ich hoffe euch hat es natürlich auch Spaß gemacht hier mal der Autor schaut uns über die Schulter das sollten wir vielleicht öfter mal öfter mal machen dann machen wir weniger Fehler ja ja aber gewinnen tust du die Spiele deswegen trotzdem nicht es lag an Rita sie hat mir die falschen Tipps gegeben also Rita vielen Dank für deine hier Unterhaltung und Hilfe Zwergendorf gibt es immer noch bei äh Skedic wir schalten mal um wir sagen mal tschüss an Rita tschüss schalten nochmal um in die Totale und sagen nochmal richtig tschüss hier genau ähm übrigens weil wir es vergessen haben und wir sollten es immer mal erwähnen illustriert hat es die Carolin Buken-Hüskes ja also wir haben es ja gesagt 1-4 spielende 30-45 Minuten wenn man nicht so viel quatscht und ein bisschen vielleicht schon einen Plan im Kopf hat wenn man es schon ein paar Mal gespielt hat passt es soweit ja Zwergendorf viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann tschüss bis dann Bis zum nächsten Mal.